. Willkommen bei Projekt 365. Heute ist Mittag 236. Wir sind hier in Basel. Bei der Nesta vis-a-vis. Sehr professionell. Das ist mir gleich. Wir haben es heute mit Roman zu tun. Salut. Salut. Roman, ich habe hier ein Päckchen Nastiefel. Nimm es mal. Irgendwo habe ich noch einen Stift. Wir nehmen es so. Wir machen es auf. Perfect. Schön mithelfen. Wir machen es so, dass du es an einer Ecke unterschreibst. Oder einfach deine Initialen dahin schreibst. Dann wissen wir, dass es nur ein solches Nastiefel gibt. Es muss auch nur etwas sein, um zu zeigen, dass es das ist. Genau. Könntest du immer noch weit bleiben? Ja. Perfekt. Sehr lustig. Kannst du noch ein Aufnahmen vom Nastiefel? Ja. Hat jemand eine Zigarette dabei? Eine brennende oder ein Zündhölzchen? Eine Zigarette. Okay. Wir nehmen die. Und Roman, kannst du gerade ein Stück vom Nastiefel anbrennen? Aber nicht meine Finger. Es gibt wirklich Mühe. Es gibt wirklich Mühe. Es ist nicht so einfach. Das ist angebrennt. Das ist angebrennt. Ich lasse uns noch ein bisschen anschwürzeln. Das sieht man wirklich, dass es angebrennt ist. Hältst du deine Hand flach? Und hältst du zu? Zuheben, zuheben. Und jetzt, wenn du so reibst, dann wird das wieder ganz. Mhm. Machst du langsam auf. Ja. Irgendwo ist deine Initiale. Mhm. Und das Nastiefel ist tatsächlich wieder ganz. Nein. Ich kann nur, wenn ich alle Ecke sehen. Mach mal gerne. Ja. Wow. Nicht schlecht. Sehr gut. Hey, wow. Ist gut? Sehr professionell. Sehr beeindruckend. Ist ein super Trick.